Kollege Michael Kruse das Wort. Danke, Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, im nächsten Jahr ist ja Europawahl, und ich würde schon jetzt gerne die Menschen in diesem Land dazu aufrufen wollen, sich an dieser Wahl zu beteiligen. Und ich habe mir, weil das ja jetzt in allen Parteien auch in Planung ist, gerne, ja, Sie können gerne Frau Strack-Zimmermann wählen, wenn Sie das möchten, würde ich mich sehr darüber freuen. Aber das ist gar nicht das Thema hier, sondern ich habe mir aus Anlass der Europawahl noch mal angeschaut, womit die Parteien eigentlich bei der letzten Europawahl geworben haben. Und da ist mir ein schönes Plakat, das recht schlecht gealtert ist, in die Finger geraten. Es sagt, wer hat Atomkraft? Nein, danke, denn Realität werden lassen. Und hier oben ist so ein nettes CDU-Logo. Also bei jeder Debatte, wo Sie uns jetzt also hier in die Ampel versuchen, reinzureichen, dass der Atomausstieg auf unseren Schultern stattgefunden habe. Seien Sie versichert, niemand hat zum Atomausstieg in diesem Land so viel beigetragen wie CDU und CSU zusammen. Und ich denke, heute in dieser Debatte ist noch mal ein Tag, bei dem das auch nicht unerwähnt bleiben darf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch deshalb können Sie sich bei dem Thema ja jetzt nicht in die Büsche schlagen. Das letzte Jahr hat ja nicht nur gezeigt, dass vielleicht eine andere Ausstiegsreihenfolge sinnvoll gewesen wäre, sondern es hat eben auch schonungslos offen gezeigt, wie angreifbar Deutschland unter der Ägide Angela Merkels geworden ist. Und manche laute Tonart hier in dieser Debatte kann ich vor dem Hintergrund nicht verstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die energiepolitischen Debatten in diesem Land, sei es jetzt bei den FSAUs in Rügen oder aber auch beim Thema Kernkraft oder auch beim Thema Kohle, schon wieder geführt werden, als wäre dieser Krieg vorbei oder als wäre die energiepolitische Bedrohung für unser Land schon vorbei. Beides ist mitnichten der Fall. Und deswegen würde ich sehr empfehlen, diese Debatten mit großer Ernsthaftigkeit zu führen. Was ich nicht als ernsthaft empfinden kann, ist der Vorschlag von Markus Söder, Kernkraftwerke jetzt in Länderverantwortung weiterzubetreiben. Ganz ehrlich, der Kollege Söder hat es nicht mal geschafft, ein Zukunftsmuseum vernünftig aufzugleisen. Und jetzt möchte er persönlich ein Kernkraftwerk betreiben. Meine Damen und Herren, ich habe sehr viel Fantasie, aber nicht so viel Fantasie, dass das gut gehen könnte. Wir raten von diesem Vorschlag deshalb dringend ab. Und umso mehr habe ich mich über den Vorschlag des Kollegen Merz gefreut, der ja die FDP-Forderung übernommen hat, zu sagen, wir sollten die noch funktionierenden Kernkraftwerke jetzt wenigstens in eine Reserve überführen. Und wir schlagen vor, diese Reserve so lange vorzuhalten, bis sichergestellt ist, dass wir das russische Gas vollständig ersetzt haben. Das vergangene Jahr hat gezeigt, wir kommen schneller in Notsituationen in diesem Land, als sich das irgendwer hat vorstellen können. Und auch deswegen wäre es klug, mehr Kapazität im Bereich der Energieversorgung vorzuhalten, als wir aktuell für die Versorgung brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben ist besser als brauchen. Das hat uns das letzte Jahr gezeigt. Auch deswegen schlagen wir diesen Weg vor und freuen uns über Unterstützung. Hätten wir jetzt die Verlängerung der drei Kernkraftwerke nicht vorgenommen, auch dazu gibt es ja einiges an Diskussionsbeiträgen, was wäre denn eigentlich gewesen? Wir haben im letzten Winter an zwölf Tagen Massen an Strom importieren müssen. Hätten wir die drei Kernkraftwerke nicht verlängert, es wären 35 Tage gewesen. 35 Tage, an denen wir vom Ausland wesentlich stärker abhängig gewesen wären. Wir haben nicht nur wenige Abhängigkeit geschafft, wir haben auch die Strompreise in den letzten Monaten in den Griff gekriegt. Ein wahnsinnig großer Erfolg, weil ein Großteil der Strom- und Gaspreisbremsen wird überhaupt nicht abgerufen werden müssen. Das ist ein Riesenerfolg der Energiepolitik dieser Regierung. Und auch dazu hat die Verlängerung der drei Kernkraftwerke einen entscheidenden Beitrag geliefert. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann muss man doch sagen, was geht in dem Bereich eigentlich alles noch? Für die Zukunft unseres Energiesystems gibt es große Potenziale, etwa bei der Kernforschung. Das ist überhaupt erst begonnen. Was in der Kernfusion möglich sein wird, kann sich heute noch überhaupt niemand vorstellen. Auch deshalb bin ich unserer Bundesbildungs- und Forschungsministerin sehr dankbar dafür, dass sie gerade diese Themen auf den Weg bringen. Die Kernfusion, sie hat eine große Zukunft in Deutschland, ebenso wie die Forschung an der Transmutation. Wie gut wäre es, wenn der ganze Atommüll, der in diesem Land schon produziert worden ist, irgendwann durch kluge Verfahren abgebaut werden kann, geschmälert werden kann, in der Strahlung verkleinert werden kann, die Strahlungszeit verkürzt werden kann. Ich meine, es lohnt sich, daran zu forschen. Fangen wir daran an. Denn darin besteht Zukunft in der Umsetzung von Ideen, die sich heute noch niemand vorstellen kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Andreas Lenz das Wort.